Wer ist der beste Spieler von Bayern? Thomas Müller. Thomas Müller. Ja! Das war ein Treibler, ne? Perfekt. Ey, was du genau tickerst? Ich bin auf einmal wie sechs Stunden hier hingefahren, ne? Du fettes Schwein, ja? Ey, Freunde, wir sind heute Bayern-Dortmund. Wer wird gewinnen? Goooo! Stark, Alter! Ich sag Bayern, ihr sag München. Bayern? München! Bayern! München! Nein! Ey, ich würde nicht lange ruckzappeln. Wir gehen jetzt rein. Wir holen jetzt zwei Trikots, Freunde. Ey, du kleinen Tücher. Der hat uns erstmal nicht reingelassen mit der Kamera, ne? Wir mussten ihn nicht auspacken, sondern wir sind geschmuggelt. Jetzt sind wir drin, Ticker. Ey, Jordan! Hast du Bock? So, Freunde, wir holen jetzt die Trikots. Ey, lass deinen Schal auf jeden Fall. Dann krieg ich deinen Schal, Bruder. Du geile Sau, Alter. Ich hol mir auf jeden Fall einen Schal. Ey, wer gewinnt? Dortmund oder Bayern? Bayern auf die Eins, Ticker. Ohhhhhhhhhhhhhhhhhh! Das ist... Das ist... Jawohl! Ey, die haben keinen... Ich schaue mein erstes Trikot, ne? Chet, wir können nur gut ins Stadion gehen, wenn wir ein schönes Trikot haben, ja? Ist das M aber? Ab jetzt bist du Thomas Müller-Fan. Okay, let's go! Ey, Chet, ich hab meine Cap vergessen, ja? Koch dir ne Cap! Da gibts auch ein T-Shirt mit Thomas Müller-Fan. Ja? Uuhuhuhu! 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 Oh, Thomas, ja! Da hat Bayern so viele Sachen, Alter! Ey, da sind die Caps, ja! . . . . . . Danke dir. Ciao, ciao. Thomas Müller will ich wieder 1.000 Euro zahlen. Lass uns mal hier umziehen, stell John. Wir ziehen uns kurz um. Ich hab ja gar keinen Charme. Steht's befeiert, sei mal ehrlich. Wo ist mein Charme, Bruder? Oh mein Gott. Und wir sind der nächste Malke. Und wo ist er noch? Wie laut ist das hier, Alter? Wo ist das? Heymentod Leonard! Thomas! Oh! Schöne Titlenert, aber nichts mehr hinlassen ne? Oh mein! Kommen wir hin, Thomas. Ich glaube Thomas ist schon ganz schön. Er ist gut, der schon mit dem Tor gekauft. Komm, Mann, mach ein Tor, ja! Statt, aus! Stutt! Thomas! 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 Wie siehst du aus, Bruder? Der hat dich mal einfach zu tun. Ja, Semi kann kein FIFA. Wo ist der Ball? Ja, krass. Das schreibt man unten. Ich liebe dich. Thomas! Thomas zurück! Wir sind sechs Stunden gefahren, damit wir ein Tor passieren. Stark! Stark! Freunde, elfte Minute. Eins tut sie diese... Ich war heute schon mal so, Bruder. Oder wir schaffen das doch, Bruder. Nils Amst. Wer weiß noch, zehn Minuten. Ich glaube, das wird noch. Hier, 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 hier. Ja, hier, hier, hier. Come on, Baller! Kriegst du so in Situationen, Alter, ja? Ey, Jungs, die brauchen nicht als Trainer, ja? Die kacken nicht richtig ab, ne? Ja. Ja. Bayern ist gerade ein bisschen am Schlafen, aber die kriegt gleich ein bisschen... Wie heißt das? Klaus, du für wie, wegen dir? Oh, Füllguck, wie eine Maschine, ja? Oh, Füllguck seine Zähne, Alter. Die kommen auf den Sack, ja? Das ist krass. Nein! Ah, starke Regeln, starke Regeln, Typ. Wann machst du? Genau so will ich das sehen. Ich warte, ich wüsste gleich... Du kannst dich mal ein Song, Bruder. FC Jordan, Stamm, Süden singen, Alter. Ich warte drauf. Und dann wird Stammes auch noch ein ganzes Stadion beleidigt. Kein Katze, ein Hit, eigentlich. Oh, 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 der FCB! Oh, oh, oh! Nein, nein. Stark, Junge! Ja! Genau so! Jetzt, Thomas. Okay, er läuft. Der holt das. 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 Oh mein Gott, ja? Nein! Nein! Der kann kein Fussball, Junge, ja? Hup! Schöne spielen besser, ja? Okay, komm noch. Tack! Robbie Gourdes John, Stern des Süden... Cee! Oh! Und das ist wirklich Meere. Halleluja! Das war mal gut also! Mann, ich frag ihn euch! Bayern wird 3-2 gewinnen. Knappes Spiel, aber 3-2. Da wird immer noch Preisschild dran, das wird dreckiger. FC Bayern! Ja, ja, hey! Oh, fuck! Ey, boah, Juni, ja, das klipp aus, Alter! Egal, Schwerter, das ist immer weitergekommen, Alter. Henry Kane, du gehst morgen früh. Bro, du bringst glaube ich Unglück hier rein, ja? Willst du einen Flitzer machen, sag mal ehrlich? Soll John einen Flitzer machen? Scheiße! Oh, Schwerter jetzt bekommen, ja? Langsam, langsam, komm, siehst du, sie sind unter Druck, Bruder. Schwerter, Süden, Sam is over! Übrig jetzt, ne? Das ist Emde, ne? Checkt dann auf jeden Fall ab und seht ihn! Ey, Emde, du hast uns die Tickets geklärt, unser Bruder hat die Kamera geklärt. Ey, Freunde, echt gerechte Jungs, ja? Checkt auf jeden Fall Thomas Müller auf Instagram ab. Come on, Thomas! Das Ding ist, ich bin einfach hier zur Unterstützung, ne? Für John. Ich hab mir einfach ein Trikot gekauft, ne? Und auch 40 Euro. Ey, ey, ey! Ey, Bruder, reicht nicht! Bruder, ich bleib sauer, schwör ich, ich geh gleich drauf! Ha, hör mal auf, Bruder! München! Tschüss! Tschüss, Herr Toro! Ich hab einfach keinen Song, ne? Der auch nicht. Ey, Susanne! Oh, mein Gott! Ey, Jungs, da muss ich das alles vorbeibringen, euch, ja? Es geht bei ihr Menschen! Komm, Laurinana, komm, Laurinana! Oh, Chet, ja! Oh, Adiil, ich ärgere den mit Loredana, wisst ihr? Oh, fuck, Alter! Oh, das ist schuldig! Freunde, bald kommt mein Album raus, checkt das ab. Ab jetzt werde ich Rapper, ja? Ich will dich so am Fußball am Hut haben, ja? München! Wie sein Toro! Tschüss, Herr Toro! Ey, Freunde! Willst du immer, ich will ich da drin, ja? Ey, Ecke, oder? Oh, mein Gott, Chet, Ecke! Ecke! Übrigens, wenn das Video online ist, sind wir um 20 Uhr live! Checkt ab, Instagram-Bild haben wir auch gepostet, was willst du mehr? Guck mal, jetzt Ecke! Ah, John, Alter! Ich bin sechs Stunden hier hingefahren, ja? Ich will wenigstens hier gewinnen! Nein! 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 Guck mal, ganz schlimm! Du nehst! Ich bin jetzt zurück. Jetzt ich drottiert, doch was ich admit, nein! Das stimmt. olo! Oh, Tor! Oh! Oh! Müller! Müller! Ja! Oh, ja! Oh, ja! Freunde, merkt ihr, Bayern kommt, Bruder. Ich hab mit ihnen geredet. Muss die Erlass draus sagen. 4-4-1. Thomas Müller bei der Seite. Der macht gleich Flanke und Tor. Vertraue mir, was ich sage. 1-1. 2-1 Dortmund. 2-2-3-2 Bayern. Hört auf mein Wort. Freunde, es gibt Elfmeter. Eier. Glaube ich. Bitte, Thomas, schieß ein Tor. Überprüfung anspült. Oh mein Gott, Freunde, ich höre meine Eier schwitzen. Thomas Müller, Frau, guck mal hier. Die Frau von Thomas Müller, ja. Ich kenne uns jetzt auch. Was ist los, Junge? Was ist los? Wir sind auch so ein Stückchen entfernt von Thomas. Schiri, jetzt reizt's doch mal! Meine Frisse, Alter! Sei mal leise, Junge. Da muss ich konzentrieren, Junge. Chat, das kann doch nicht sein, Junge. Der Schiri ist gegen uns, ja. Ich merke das, Bruder. Ich schicke jetzt ein Video für Thomas Müllers Frau. Hallo! Thomas Müller ist der Beste. Ich liebe den! Mich auch! Thomas! Shit, das geht an die Frau von Thomas, ja. Ich schmerz verrikt, ja. Wie geil! Ich kenne mich! Müller. Hey! Hey! Wer war das? Wer? Wer war das? Ist was, ist was, ist was. Come on! Bullshit, ja! Jetzt werde ich sauer, Bruder. Einer hat Thomas Müller angefasst. Hau, hau, hau! Hey, kid, das sieht knapp, ja. Alter, jetzt nicht! Alter nicht! Freulich! 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 Freulich, ich werde sauer, ich muss mich beruhigen, ja. Bayern wird nicht verlieren, Chad, ja. Guck, der hat's Eck, jetzt! Huuuut! 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 Freude, erste Halbzeit! Dortmann führt 1-0. Kein Problem, ja. Ist mir scheißegal. Wir holen uns doch den Sieg versprochen, ja. Thomas, hör mal, Thomas! Thomas! Johnny ist hier! Thomas! 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 Der soll einfach gucken, ja. Müller! 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 Ey, wer ist der beste Spieler aus Bayern? Ja! Müller! Thomas! 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 Thomas hier! Ja! Der sieht so geil aus, ne? Ich glaube, ich mache Pflitzer ja. Eine Umarmung brauchen wir von denen. Ich grüße Amir, Johann, Eli und Emil. Liebe Grüße. Die größten Spieler? Thomas Müller. Ey, das ist Thomas! Thomas, Thomas! Wow, jetzt bin ich noch ab, Bruder! Ich hab davon angespuckt. Ich hab davon angeschrückt. Ja, Freund, ich schwirr, ich bin nervös, ja. Du kleiner Dreckiger Junge, was hast du wieder gemacht, Alter? Was denn, Alter? How are you, Junge? Ey, wir könnten voll ab gerade, Junge, ja. Oh, mein Herz, mein Herz, mein Herz, mein Herz, mein Herz, mein Herz, mein Herz. Komm mal, Bayern, komm mal, Bayern. Oh, ich bin da, wir sind ja verschlossen, Alter. Ey! Ey, Bayern, Monique! Nein. Möller, Möller, Möller! Möller, Möller! 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 Tomas! Ey! Was für Börek zu sehen, ja? Komm mal, Bayern, komm mal! Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal! Klatsch, aber klatsch, aber klatsch, aber... Oh, ich kann nicht so schwerer. Tschüss, Alter! Alles will gut, aber heute noch nicht immer. Nein, 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 komm mal! Ey, doch, komm! Komm mal, komm mal, komm mal! Oh! Guretzka, Alter, Guretzka, Alter! Drei Leute, wahrscheinlich geht Müller raus, ja? Müller, wach! Müller! Müller! Auswechseln, auswechseln! Bitte nicht, Thomas Müller, ja? Scherz! Nein, nein, nein! Thomas, nein, nein! Nein, nein, nein! Thomas! Die Elf, Insel! Thomas! Thomas geht aufs Spielfeld, Mann! Thomas ist raus, Chat, ja? Wer ist reingekommen? Oh! Oh! Du bist so hässlich, ne? Du bist so hässlich, ne? Oh! 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 Komm, Jungs, es geht ab! Oh! Meine Fuss, ey! Oh! 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 Ich vergesse, dass ihr auch noch andere Menschen sind, ne? Freunde, Freischuss! Der Müller ist aber da drin, aber jetzt weiß ich nicht! Oh! FCB! Schieß ein Tor! Sonst hau ich dir ein! Freunde, bitte! 1-1! Das ist das! Oh! Ich füße sie noch einmal! Ja! 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 Alle hauen auf an der G! Deine beiden! Ja! Ha, ha, ha! Hol doch nicht, Junge! Wir sind ja 83. Ja! Ey, wie oft kann man denn wechseln? Was war denn das denn? Thomas Müller rein! Thomas Müller rein! Tor! Ich will es! Mach mich so glücklich, ne? Kommt noch Bayern! Jetzt noch ein Tor, Bruder! Kommt! Thomas Müller! Köln! 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 Was? 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 Hast du keine Augen, Kopf, du dummer K... Oh mein Gott, ich schrämmer. Mach doch mal die Frisse, Mann! Freunde, oh mein Gott, neuste Minute, ja. Sechs Stunden gefahren, ja. Ja, ich doch auch, Alter. Komm, Bayern, komm, Bayern. Nur der FCB! Euer München! Nur der FCB! Hat der Karakter? Ja, ich schreit euch! Oder du hast noch Spaß gemacht, Alter! Was machst du denn? Ja, was machst du denn? Ich hab gesagt, Dortmund gewinnt ab! Du schrämst, ja? Ja, das ist die Wichtigkeit! Geil, Alter! Bester Mann! Geil, Alter! Das ist doch ein Applaus! Der 70 grader ist schnell! Das macht's so ein Applaus! I love you! Hamelts! 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 Hey, der hat 20 Euro gekostet! Der ist da hinten! Thomas! 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 Wer soll ich schreien? Thomas! 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 Möller! Thomas! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Ich geb dir 20 Euro, wenn du sagst, Möller soll hier kommen! Ich geb dir 50 Euro! 100! 150! Bitte! Ich geb dir 100 Euro! Sabnu Müller soll zu mir kommen! Thomas! 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 Oh, der macht wieder ein Interview! Thomas! Guck mal, wohin der guckt, der ist sauer! Oh mein Gott! Thomas! 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 Egal Männer, nächstes Spiel gewinnen wir. Ich hab mich so schön in die Pritze gegönnt. Da mit der Eukes, guck mal. Jordan! Jordan! Nein! Bist du Pritze? Junge, gleich am nächsten Mal! Weißt du? Meine Mutter hat mir immer gesagt, wenn es heute nicht ist, dann ist es morgen. Oh, halb die Fresse, Mann! Kommt ihr jetzt mit oder nicht? Dann lass mich den John einfach mal alleine, ne? Entschuldigung? Entschuldigung? Glauben Sie, wir werden das nächste Spiel gewinnen? Glauben Sie, wir werden das nächste Spiel gewinnen? Sie sind der Beste! Danke! 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 Danke!